Hallo und herzlich willkommen zu Stranded Deep und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Bolle und euer Name wisst ihr hoffentlich selber. Ich weiß ihn leider nicht, dass er denn hier schreibt was in die Kommentare. Und das könnt ihr gerne tun. So, wir müssen Wasser finden. Und das ist gar nicht so schwer, denn wir haben ja Wasser hier ums Eck. So, und dann müssen wir noch was essen. Yummy, yummy, yummy. Futter, Futter, Futter. Und dann bauen wir weiter an unserem Sternofen. Das wird die Sterneküche. Passt ja eigentlich, aber es ist ja nur Lehm drin. Wie sieht es aus? Hier geräuchertes Fleisch groß. Ja, komm, wir snacken mal so ein Ding. Wow, guck mal. Viereinhalb oder vier, drei Viertel bringt das sogar. Nice. Dann essen wir jetzt aber noch einen kleinen, weil ich möchte jetzt ungern das ganze Fleisch verbrauchen. So, das müsste reichen. Ja, jetzt müsste Leben schon wieder regenerieren. Ähm, was brauchen wir? Wir brauchen Holz auf jeden Fall noch. Oh, wir müssen wieder Holz holen. Aber egal, ich will jetzt dieses Sternprojekt zu Ende bringen, weil ich das irgendwie ganz cool finde. Keine Ahnung. Irgendwie hat es mir das angetan. So, dass ich meine, man hätte auch hier einfach das Haus weiterbauen können. Oh, das sind alles Steine. Viele Steine. Meine Steine. Und doch, der Grafikpack ist noch da. So, äh, ba, 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 da, 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 da. Hier haben wir auch Planke. Eine Planke und zwei Planken haben wir noch in der Kiste. Das heißt, wir können noch ein weiteres Beet bauen. Das wäre ganz gut. Und das werden wir auch tun. So, aber erstmal hier die schwebende Pipi-Pflanze. Ah, die wollen wir nicht einbauen, aber es müsste eigentlich gerade so klappen. So, äh, wir brauchen jetzt noch so ein Ding hier. Ich überlege, machen wir hier noch eins hin? Ja, eigentlich muss, eigentlich muss. So, und dann noch so ein Ding hier. Hallo? Jo, hier hin, genau. Dann machen wir das zu. Beziehungsweise hier bin ich mir gar noch nicht so sicher. Weil wir machen hier den Eingang. Wollen wir da wirklich ein komplettes Stern-Ding draus machen? Und das jetzt hier so hinpacken? Ah, irgendwie. Och, ich bin mir gerade nicht so sicher, Freunde. Warte mal, wir machen hier vielleicht den Eingang. Oh, ich hätte es anders drehen müssen. Wobei, hier ist auch cool. Ne, wir machen hier den Eingang. Alles gut, wir machen hier den Eingang. Das heißt, wir brauchen Stöcker. Wir haben keine mehr. Doch, auf dem Floß sind, glaube ich, noch ein paar gewesen. Ja, könnte kritisch werden. Och, Hammer ist auch alle. Ah, Wahnsinn. Okay, dann brauchen wir einen neuen Hammer. So, äh, Lashing. Das dürfte kein Problem sein. Das können wir uns direkt craften. Äh, Stein haben wir auch. Holz haben wir auch. Ja, wo kriegen wir dann das restliche Holz her? Müssen wir schon wieder los. Weiß nicht, war auf der Insel noch was? Auf der Nachbarinsel? Kann sein. Weiß ich jetzt nicht mehr. Er möchte einfach dieses neue Gebäude jetzt fertig bauen. Dieses Laufen eigentlich die ganze Zeit gebückt. Äh, Stein. Zwei Stück. Dann können wir das bauen. So, und, äh, Holz. Haben wir hier oben vielleicht noch Holz? Hier. Ein Holz. Wir können ja auch einfach mal hier ein bisschen was abreißen, ne? Wenn wir ein bisschen Holz bauen. Das können wir später einfach wieder hinbauen. So macht man das heutzutage hier. Hallo. Okay, dann ab zum Floß. Ich bin jetzt nicht so optimistisch, dort noch Holz zu finden, weil ich glaube, das haben wir für unser Bauprojekt schon alles genommen. Jetzt müssen wir nochmal schnell rüber. Eins. Komm, gib, gib, gönn nochmal eine volle Kiste. Ja! Dann war doch noch was da. Cool. Ja, das könnte sogar reichen. Ja, es könnte reichen. Na gut, fürs Dach wahrscheinlich nicht. Aber meine Güte. So ist das halt, ne? So ist das halt. Dann knallen wir jetzt hier noch das letzte Sternelement unten hin. Ich hoffe, das passt. Das ist der Hammer. Oh, nee. Es passt nicht, weil es zu... Och, nö. Es passt hier nicht hin, weil es in den Boden reinragt. Das ist ja schade. Ich wollte hier noch eins hinmachen und dann hier so schräg den Eingang. Gut, dann müssen wir jetzt hier die Tür... Passt gar keins hin? Passt auch dieses andere nicht zufällig hin? Hä? Na Moment. Wenn das hinpasst, dann muss das andere auch hinpassen. Wow. Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. So, passt auf. So, passt auf. Dann kommt nämlich hier jetzt der Eingang hin. Den baue ich jetzt auch gleich, bevor ich es vergesse. Und falsch mache. Äh... So. Oder wir machen den Eingang hier hin. Und haben dann hier quasi so eine kleine... Ne, wir machen den Eingang hier hin. Fertig. So, und dann haben wir jetzt noch genug. Für ein so ein Ding. Ja, haben wir. Schön. Ne, so rum ist schon richtig gewesen. Okay. Dann hämmern wir das zu. Und dann ist das Sternhaus fertig. Muss nur noch ein Dach drauf. Oder können wir auch ein Sterndach nehmen? Also, ich habe da schon eine Idee. Vielleicht kann man das mit diesen Ecken machen. Wobei es gibt, glaube ich, kein spitz zulaufendes Dach. Das bräuchten wir dafür. Gucken wir gleich mal. Ich weiß nicht, ob man das von außen dann sieht, dass es leuchtet. Und für unser Bett ist hier definitiv auch kein Platz mehr. Also, ich weiß nicht so ganz, wie sinnvoll das ist. Aber ich hatte einfach mal Bock drauf. Fertig, aus. Fertig. Aus die Maus. Aus die Maus. Da, 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 da. Das sind jetzt wirklich... Guck mal, alle... Dreiecksfundamente sind jetzt so, dass sie quasi... Na, ihr seht schon von der Ausrichtung, was ich meine, ne? Bis auf das da hinten. Das schießt quer. Aber gut, das fällt nicht so auf. So, hier geht man dann rein. Da muss noch eine Tür hin. Was? Ah, da brauchen wir, glaube ich, Lashings für, ne? Für eine Tür. Lashing, Lashing. Und keins mehr. Okay. Reichen zwei schon. Guck ich halt Tür. Ah, ein Lashing brauchen wir noch. So, ist es egal, wie rum? Ne, so rum. Dann geht es richtig rum auf. Tür. So, Tür auf. Schön. Dann kommen wir so rein. Weil ich überlege, die Tür wegzulassen. Sieht irgendwie nicht so cool aus. Sieht ja cool aus, wenn das einfach nur so ein Bogen wäre, oder? Ne. Wir müssen zumachen können. So, hier können wir auch drüber hüpfen. Dann bauen wir jetzt. Guck mal. Wir haben diese Elemente hier. Diese könnten wir in die Ecke packen. Und dann Holzdachhaube in die Mitte. Ja, müsste aber noch ein höher sein. Dann würde es gehen. Weiß nicht, ob das geht. Das müssen wir testen. Oh, wir brauchen vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier mal vier brauchen. Sechzehn Holz. Sechzehn Holz. Sechzehn Holz. La, la, la. Sechzehn Holz. Ja, dann düsen wir doch direkt wieder zur Insel. Und nehmen vielleicht auch gleich den Lehm noch mit, oder? Was auf den Lehm? Den Lehm? Das Lehm? Die Lehm? Der Lehm? Der Lärm? Lärm haben wir aber hier nicht. So, ich habe ihn hier weggeschmissen. Okay, den brauchen wir auch nicht. Ja, dann nehmen wir hier nochmal so zwei Dinger mit. Äh. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und dann düsen wir direkt los. Nicht lang schnacken. Ja, Werte passen. Dann fliegen wir direkt dahin. Können wir nochmal ein Leben ernten. Es ist ja auch, war 11.30 Uhr. Ah, wir sind noch vergiftet, ne? Ja, komm. Lassen wir die Vergiftung, weil wir werden uns wahrscheinlich eh gleich wieder neu vergiften. Und das Leben ist auch noch in Ordnung. Aber deswegen haben wir auch nicht so viel Regeneration gerade gehabt, ne? Sprit. Ah, passt alles. Komm. Irgendwie startet er immer so ein bisschen zeitversetzt. Auf zur Nachbarinsel. Und. Ja, wie gesagt. Also Leben nehmen wir noch ein bisschen mit. Ja, könnte man halt. Hm, man könnte ein bisschen was aus Lehm noch bauen. Aber das soll sehr, sehr mühselig sein. Also sehr teuer aus Lehm was zu bauen. Aber vielleicht mal ein Lehmfundament. Oder mal eine Lehmwand. Aber ein ganzes Haus aus Lehm, da habe ich glaube ich keinen Bock drauf. Das dauert Ewigkeiten. Aber zumindest, dass wir auch mal eine neue Flasche bauen können. Und das wäre so das Mindeste, was wir machen können. Was uns auch das Let's Play hier vereinfachen würde. Und. Ja, vielleicht. Halt das Holz noch holen. Das, was wir hier gehackt haben. Vielleicht fliegen wir noch eine Insel weiter. Und holen da auch noch mal ein bisschen Holz. Kann man ja mal machen. So, hier. Kann sein, dass da noch ein Leben ist. Wir landen erstmal hier vorne. So. Einmal landen bitte. Wunderbar. Zack. Dann die Kisten hier hingeschmissen. Oh, 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 oh. Kein Overlay öffnen. Konnte man das sehen? Ne, man konnte das Overlay nicht sehen. Okay. Habe ich wohl mal ausgestellt. In weiser Voraussicht. Das Holz hätten wir auch gleich da lassen können. Den ganzen anderen Kleideradatsch auch. Naja, ihr wisst doch wie es ist. Ihr wisst doch wie es ist. Hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, nun, nun, nun. Okay, Lehm, wo bist du? Wo bist du? Da ist ein Kugelfisch. Wieso haben wir denn nicht jetzt mal wieder einen Fischingsperr mitgenommen? Könnten wir uns ja auch noch einen bauen. Aber irgendwie sehe ich das nicht ein, weil... Wir haben so viele. Ist das Lehm? Ne. Lehm, ich sehe dich nicht. Wo bist du, Lehm? Wo bist du? Wo bist du, du kleiner Lehm? Du kleiner Lehm, du bist nicht da. Du bist irgendwo, aber nicht hier. Und auch nicht da. Gut, wir bauen uns einen Sperr. Wir können mal ein bisschen Fische nebenbei ernten. Das ist ja quasi einfach Zeitverschwendung, wenn wir das nicht machen. Dann können wir uns auch so ein Anti-Haigift machen. Das brauchen wir eh noch. Und dies und das und jenes. So, reicht das schon? Grober Fischsperr. So, zack. Auf geht's. Ist da vorne eigentlich noch der Hai? Ja, der ist da noch. Den haben wir da liegen lassen. Den müssen wir noch mitnehmen. Müssen wir vielleicht noch ein Transportboot bauen. Oder eine Transportfläche auf unserem Boot. So, hier noch Lehm. Das Gefühl, dass wir lange kein Hai mehr gesehen haben. Das macht mich aber nicht so glücklich, weil... Das könnte ein Trugschluss sein. So, eigentlich dachte ich, dürfte man das nicht anfassen, den Fisch. Aber scheinbar passiert nichts. Guck mal, wie easy. Wie schnell wir so schon zwei von diesen Fischen geholt haben. Und ich dachte immer, es ist irgendwie gefährlich. Ah, da ist... Ah, nee, das ist so ein... Riffhai, oder wie die heißen. So ein Statistenhai. Ah, ba, 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 ba. Ja, ein bisschen konzentrieren, dass wir hier kein Blödsinn machen. Oh! Oh! Was haben wir denn hier? Ja, gucke mal, was ist denn hier ein Flugzeugwrack? Haben wir sowas schon mal gesehen? Jetzt sollte ich... Ah, wir haben keine Sauerstoffflasche dabei. Ja, nice. Pass auf, da gehen wir auf jeden Fall rein. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Cool. Ich glaube, wir waren noch nie in einem Flugzeugwrack, oder? Ist hier noch was? Geil, hier das Cockpit. Nee, ist nichts mehr. Na, wir holen erstmal Luft und gehen nochmal rein. La, la, la. Crazy. Ich bin mir nicht so sicher. Also, wir haben, glaube ich, schon mal Flugzeugteile. Sieht man ja auch manchmal an Land. Aber das Unterwasserflugzeug? Oh, wenn, dann ist es so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ist hier hinten noch was drin? Nee, hier ist die... Die Kombüse oder so. Nennt man das so bei einem Flugzeug? Eine Kombüse? Wie mehr ist jetzt hier nicht? Scheinbar nicht, ne? Können wir mal starten, mal gucken, ob er noch läuft. Ich glaube nicht. Oh, das ist... Das ist ein Hai, der nicht so freundlich ist. Und der kommt zu uns. Ich muss hier weg, Freunde. Oh, der muss los. Muss los. Ah! Schnell! Zurück! Hilfe! Hai! Hilfe! Hai! Hai! Tschüss! Okay, wir sind, glaube ich, im sicheren Gewässer. Puh! Ja, wir haben nämlich nicht so viel Leben, Freunde. Aber wir haben, glaube ich, gerade irgendwas aufgesammelt. Eine Kiste oder so. Mal gucken, was da drin war. Ah, ba, 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 ba. Yeah, eine neue Laterne, das ist cool. Äh, das brauchen wir nicht. Das können wir direkt hier lassen. Davon haben wir einfach schon mehr als genug. Aber eine neue Laterne ist richtig cool. Können wir hier noch unsere zwei Fische mit reinmachen? Okay, ähm, wir müssen auch dann gleich schon wieder los. Dann lass uns doch lieber nochmal... Haben wir jetzt natürlich kein Leben... Ach, wir haben die Axt nicht dabei. Wie blöd kann man denn eigentlich sein? Ah, die Axt haben wir dabei. Die haben wir da vorne liegen lassen, oder? Haben wir die nicht hier gedroppt? Nee, haben wir nicht. Ja gut, dann nehmen wir jetzt halt das Messer. Mein Gott, dann verschwenden wir jetzt halt das Messer. Fertig aus. Konnte man hier nicht eigentlich auch mal so eine krasse Machete finden, oder so? Machete. Naja, wir brauchen ja 16 Holz. Das heißt, wir müssen vier Loks hier platt machen. Vielleicht reicht unser Messer so lang. Ich glaube, Steine haben hier nicht mehr. Wäre schon schön, wenn wir jetzt einfach in einer Tour das mitnehmen könnten, was wir bräuchten. So. Haben wir hier noch was? Hier ist noch einer. Hier. Oh ja. So. Wieviel haben wir jetzt? Vier, 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 vier. Einen noch. Komm, einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ein Stick geht noch. Wo ist der Stick hin? Da hinten ist Gerümpelholz. Das nehmen wir doch mit. La, 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 la. Okay. Gebt ja schon Ruhe. Ist ja gut, meine Freunde. Ist ja gut. Was sagt die Uhr? Oh, 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 sagt die Uhr. Komische Uhr, ne? Die so spricht. Oh, 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 oh. Ach ja, es passiert ganz schön was hier bei uns, ne? In den letzten Folgen ist ja ganz schön was los, meine Freunde. Muss man auch mal so sagen. Ja, so ist es halt. So, das. Der ist voll. Dann haben wir hier unten noch Platz. Da können wir das noch reintun. Das und, äh, das. So, das können wir auch noch mitnehmen. Äh, zumindest das. Und dann noch die Kiste da hinten. Und dann düsen wir zurück. Dann haben wir hier so langsam auch die Insel mal fällig gelootet. Ah, noch nicht ganz. Wir haben noch einiges an Clay, an Lehm, was wir hier aufsammeln müssen. Aber das können wir auch bei Zeiten dann noch nachholen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann düsen wir jetzt mal los. Los, auf los geht's, los. Und ab zurück zur Insel. Von Insel zu Insel. Mit unserem Pinsel. Pinsel wäre auch cool, dass man was anmalen kann. So wie bei Raft. Dass man da irgendwie so Farben anmischen kann. Haben wir aber auch noch nie gemacht. Apropos Raft. Wann geht's denn eigentlich weiter mit Raft? Ja, meine Freunde, mit Raft geht's weiter, wenn's mit Raft weitergeht. Lul. Düm, 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 düm. Also wir bauen jetzt das da fertig. Und dann werden wir... Gucken, was wir dann machen. Ich glaub, unseren Garten weiter ausbauen, ne? Und dann das Floß ausbauen. Wir brauchen Motoren. Und dann das Floß komplett leer machen. Also die Kisten komplett leer machen. Und dann auf Erkundungsfahrt gehen. Dann richtig rumdüsen. Und richtig viel nochmal looten. Da hätte ich richtig Bock auch drauf. Oh, Achtung, Achtung. Nicht hier gegenknallen. Ah, nein. Schnell, schnell, aussteigen. Emergency, aussteigen. Ne, doch nicht. Ich kann nicht mehr fliegen. Okay, Emergency. Ja. Hey, geh da hoch, du Gerümpel. Du Schrotthaufen, du alter. Du alter, kleiner Schrotthaufen. So, wie sieht's aus jetzt hier? Zack, hingestellt. Wunderbar. Hier ist Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff. Komm. Nicht lang rumtreiben hier. Kann man Pipi schon ernten? Ja, kann man. Wunderbar, jetzt haben wir die drei wieder raus. Jetzt könnten wir es wieder abreißen. Wäre aber total, total dumm, wenn wir es täten. Weil dann hätten wir nur die drei wieder raus, die es uns gekostet hat. Also wir müssen die schon noch ein bisschen da drin lassen. Wir können die aber mal hier so aus Sicherheitsgründen einfach mal hier hinlegen. Aus Sicherheitsgründen in dem Sinne, als dass wir sie dann halt auch wiederfinden. Eine Wiederfindsicherung. Die Kartoffeln müssen wir auch ernten. Bevor sie, äh, also umso schneller wir sie ernten, umso eher, wenn neue Kartoffeln gepflanzt werden. Können wir hinten das Spritding wieder voll machen. Ja, dann nochmal so ein paar Kanister wären gut, dass wir auch Vorrat produzieren können. Ja, das stimmt schon. Drei Kartoffelpflanzen ist schon viel. Selbst wenn man jetzt so viel fliegt, wie wir gerade, ähm, ist das schon fast OP. So. Ist noch ein bisschen Platz. Pass auf, wir gucken mal, in welcher Kiste war denn der Kanister? Nee, in der nicht. In der nicht. In der. Ach, das sind 100% Kanister. Was war mit dem? Ah, ist ja auch fast 100%. Pass auf, dann nehmen wir den mal. Und tanken hier mal auf. Und dann können wir den wieder auftanken. So, dann können wir das hier hinstellen. Äh, und dann können wir hier das reinpacken. Dann können wir wieder anmachen. So, dann kann das nämlich hier schon wieder weiter garen. Sagen wir mal so, wenn wir dann auch einen Motor dran knallen. An unser Floß. Ich weiß gar nicht, ob es ein Unter, also ob man mehrere Motoren braucht. Also ob man schneller ist, wenn man mehrere Motoren hat. Das werden wir dann sehen. Wo ist unsere Taschenlampe? Haben wir nicht mehr da. Warte, liegt die noch hier? Ich meine, hier lag vorhin irgendwas. Nee, schon ein bisschen her. Ah, die haben wir irgendwo in der Kiste wahrscheinlich. Egal. Es sind ja keine Schlangen hier. Dann müssen wir kurz durch die Dunkelheit zurück zu unserer Insel. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Das tut mir leid, aber nicht weh. Gehen schlafen. Beziehungsweise ziehen uns erstmal das Antidote rein. Ja, wo ist die Tür? Hallo? Tür, da. Hallo, Tür. Hier ist wieder ein bisschen Licht. Zack, schnell noch ein Antidote gemacht. Haben wir alles da, was wir brauchen. Ja, wir haben gerade... Ich glaube, wir haben kein Lashing mehr, ne? Ah, warte, wir haben, glaube ich, noch eine... Nee, wir haben keine Trinkflasche mehr hier. Doch, hier, die. Die können wir nehmen. Perfekt. Ah, seht ihr, unser... War nicht schlecht, dass wir ein paar angepflanzt haben. Man braucht sie dann doch... So, zack. Hüllt auch ein bisschen Trinken, glaube ich, wieder auf. Das heißt, wir können jetzt einmal kurz schlafen gehen und danach dann essen und trinken. Mein lieber Mann, machen wir mal bei offener Tür. Hoffen wir, dass wir uns keine Nackenverspannung zuziehen. Durch die ganze Zugluft. So, dann gucken wir mal auf die Uhr. Hallo, Uhr. Ja, ist in Ordnung. Können wir kurz speichern. Dann snacken wir hier das Fleisch. Eins müsste hier noch sein, genau. Jo, das müsste dann voll sein. Das ist voll, sehr schön. Dann trinken wir noch kurz. Die Laufwege, ne? Die sind schon... Sind ja nicht so weit hier auf unserer Insel. Aber insgesamt kommt dann schon was dazu. Das kann man nicht anders sagen. Wir brauchen noch Palmen. Hatten wir nicht irgendwo noch auch... Äh, Palmen? Jetzt müssen wir hier wieder diese Dinger hier... Mal ernten. Oder wir könnten auch einfach mal kurz die Juckers ernten. Die sind ja auch schon wieder. War hier nicht auch eine? Hier ist keine. Da. Hier ist auch eine. Ich glaube, drei Stücke hatten wir auf der Insel. Das geht schnell. Und dann haben wir wieder... Ein bisschen was. Dürfen wir ja nicht vergessen, dass wir die natürlich auch zum Craften dann noch brauchen. Aber wir können ja im Zweifel dann auch, wenn wir genügend Pipi gefarmt haben, das erstmal wieder anpflanzen. Und sowieso wollten wir ja dann nochmal los. Und... Wir wollten nochmal losfliegen und hier Sachschon holen. Das gute alte Sachschon wollten wir holen. Wellblech. Um unsere Beete ein bisschen auszubauen. Ja, ich weiß, man kann auch aus Brettern bauen. Aber ganz ehrlich... Ich finde so Wellblechgebäude nicht so schön. Da finde ich Brettergebäude schöner. Und es bringt einfach mehr. Wenn man länger... Weg ist, dann hält es einfach mehr Wasser. So sieht es dann einheitlich aus. Dann können wir hier noch ein paar hinsetzen. Dann wird das hier unser Gemüsegarten. So, hier die nochmal mitnehmen. Und dann haben wir eigentlich auch erstmal genug. So, können wir das hier nämlich alles wieder schön auffüllen. Denn wer austrinkt, der muss auch auffüllen. Das ist eine alte Grundregel. So. Den Rest kladdern wir mal daneben. Schön. Das heißt, wir müssten jetzt so langsam, aber sicher regenerieren. Okay, vielleicht trinken wir nochmal was. Haben wir noch was? Ne, ist nichts. Fertig. Gut. Das heißt, wir gehen ans Bauen. Wo sind die ganzen Kisten? Wo haben wir die hingeschmissen? Vorne, ne? Lauf, lauf, lauf! Vier Holz. Eins, zwei, drei, vier. Dann das Holz. Na, einfach die Kiste mitnehmen können. Können wir es wahrscheinlich eh nicht alles tragen. Pass auf, das nehmen wir jetzt einfach auch nochmal mit. Den Hammer, haben wir den nicht hier liegen lassen? Ne, ist auch schon wieder 100 Folgen her, ne? Wo ist denn der Hammer? Hä? War der kaputt? Ne. Wollen wir den Hammer liegen lassen? Da vorne bei unserem Bauprojekt. Und unsere Axt? Wo ist unsere Axt? Irgendwo haben wir... Ah, hier. Hier ist die Axt und die Taschenlampe. Okay. So, ich packe jetzt hier erst nochmal eine Lampe hin. Dass man hier auch mal was sieht. Wenn man... Da ist ja hell. Das heißt, wir könnten hier auf halbem Weg einfach nochmal eine Lampe hinstellen. So, zack. So. Dann drücken wir die mal zum Anmachen. Die geht dann, glaube ich, automatisch an. Und aus. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, ohne Hammer können wir ja nicht viel bauen, Freunde. Haben wir den hier gelassen? Hier sind die Schlangen. Ich bin es gerade überfragt. Ich hoffe nicht auf der anderen Insel. Hier oben haben wir hier was gedroppt. Kann ja nicht sein, dass... Der war doch noch nicht alle, oder? Da war doch noch eine Taschenlampe, okay. Wir haben ihn noch nicht im Inventar, ne? Es gab jetzt ja schon mal irgendwie den Fall, dass ich der Meinung war. Ich habe es mir auch im Nachhinein nicht nochmal angeguckt. Dass irgendwas im Inventar verschwunden war. Und dann aus dem Nichts wieder auftauchte. Ich bin ja immer noch der Meinung, wir haben ihn hier irgendwo gedroppt. Wir nehmen jetzt einfach mal das wieder mit. Gucken wir nochmal ganz in Ruhe hier. Ach, Mensch. Liegt er doch mitten auf dem Weg. Meine Güte. Gut. Dann bauen wir das jetzt fertig. Das hier. Ich hoffe, das geht. Muss gehen, ne? Leute. Please connect. Tuwand. Was ist denn das jetzt? Erzähl mir jetzt nicht, dass ich hier nichts drauf bauen kann. Hier ging es gerade. La la la. Ist das ein Spaß? Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt hier in der Mitte, ne? Ich will aber nicht hier in der Mitte bauen. Ich will hier bauen. Geht es von unten? Hey, jetzt sag mir nicht, dass ich da jetzt kein Dach drauf bauen kann. Weil das nicht passt, ne? Weil das... Ach, gucke mal, weil das ist ja auch eine ganz... Das ist ja ein 90 Grad Winkel. Das kann ja gar nicht gehen. Dann sag mir bitte, dass es ein Spitzdach gibt. Keil? Och, nö. Es geht nur so. Na toll. Und dann... Und so eine Ecke gibt es dann wenigstens so eine Dreiecksecke, um das voll zu machen. Och, das finde ich jetzt aber ganz, ganz blöde Kacke. Aber ganz, ganz blöde Kacke finde ich das. Richtige Blödkacke ist das. Wieso gibt es denn die Dinger nicht? Es gibt doch keine Dreieckigen. Man könnte dann die Wand gar nicht zumachen. Oh, ist das enttäuschend, meine Freunde. Na gut, dann müssen wir halt so machen. Und jetzt achten wir darauf, dass wir es gleich richtig machen. Ja, so passt. So passt. Komm. So passt nicht. So passt nicht. Hallo? Ist auch ein bisschen anstrengend hier. So passt. So passt nicht. Kann man das vielleicht an der Stelle nur so machen? Es geht nur so. Ah, das liegt wahrscheinlich an dem Bodenraster. Ist ja blöd. Ja, ist mir jetzt auch egal. So, und hier in die Mitte kommt dann so ein Ding. So ein Spitzdach. Eins in die Mitte, wenn es fertig ist. So ein Ding. Dachhaube. So. Naja. Ist nicht so, wie ich es geplant habe. Aber sieht doch jetzt ganz interessant aus. Mal gucken, wie es ist, wenn es fertig ist. Und mal gucken, ob unser Hammer das aushält. Das hätten wir mal finden können eben in der Kiste. Schön Metallhammer. Gab es aber nicht. Sieht ja auch interessant aus, wie der Fortschritt. So. Das ist noch fertig gekloppt. Was sagt er dazu? Wir können dieser Hütte übrigens noch einen Namen geben. Wie wollen wir sie nennen? Wer war denn der Ideegeber dieser Hütte? Ich müsste nochmal nachgucken in den Kommentaren. Ich müsste jetzt lügen. Ganz entspannter Bau-Stream heute. Äh, Bau-Stream. Ja, wahrscheinlich. Ganz entspannte Baufolge. Einheitlich. Rhythmisches. Klatschen. So, das ist nicht fertig gebaut. An der Hütte verraten wir aber keinem. So, fertig ist es. Unser wunderbares Sternhaus. Das gucken wir uns aber nochmal aus der Luft an. Das gucken wir uns nochmal aus der Luft an. Das möchte ich sehen. Was sagt die Uhr? Das gucken wir uns nochmal aus der Luft an. Dann mal ein schönes Foto von das. Können wir dann in unser Fotoalbum kleben. Können wir dann, wenn wir wieder in der Heimat sind, unseren Enkelkindern sagen, ja damals, ne. Die haben wir nicht nur einfach so überlebt. Wir haben hier ein halbes Ingenieursstudium gemacht. Gyrokopter gebaut. Und, äh, der Anbaukunst war auch, äh, voll unsere Epoche. La, 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 komm. Ach, da recht ist es, ja. Hä, ist schon nice, oder? Was sagt er? Ist schon nice geworden. Was auch, wir machen hier nochmal. Schön. Hallo. Oh Gott. Was mit dem Fliegen ist, will auch gelernt sein, muss man sagen. Ich hab's irgendwie noch nicht so drauf. Ein bisschen runter noch. So. Äh, hallo, nicht so schräg stellen. Einmal drehen. Da müsst ihr jetzt durch, da müsst ihr jetzt mitmachen. Wir wollen noch ein Foto knipsen. So, zack, zack, zack. Ah, es geht nicht. Jetzt mach ich das nach der Aufnahme. Hallo. Screenshot machen. Ja, das ist doch gut. Let's go. Aber es geht nicht.